Musik Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. So, und wir sollen mit Weems sprechen, um hier irgendwie aus diesem Scheiß rauszukommen. Dann würde ich sagen, gehen wir der Sache mal auf den Grund. Klar. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die extra Arbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren. Sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Ja, super. Der Direktor muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Okay. Jetzt haben wir... Oh, geile Musik im Hintergrund. Alter, das ist verdammt nochmal kompliziert. Jetzt bin ich natürlich down and out. Scheiße. Fuck, Alter. Wie mache ich das? Ich brauche eine Taktik, glaube ich. Scheiße. Aber die Musik im Hintergrund ist geil. Einfach schlagen die ganze Zeit. So. Mist, jetzt habe ich R3 gedrückt. Auf Sie, Junge. Auf Sie, Junge. Muhahaha. Auf Sie, Junge. Ist ein kleiner Unruhe, Stiftung. Etwas Zeit im Loch wird dein Hof wieder abkühlen. Feine Arbeit. Haut die Beine rein. Ab ins Loch. Seht euch doch mal an. Erbärmliche, dreckige Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Zitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Halunken allesamt. Und steht ihr etwa dazu? Bereut ihr und winselt um Vergebung? Nein. Die Zitzen der Gesellschaft also. Ja, Typ ist aber auch ganz schön dumm, ne? Ich muss aufpassen, kein Alarm auszulösen. Er ist bestimmt taub oder so. Hey, stehen bleiben. Hä, entdeckt was? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Ich muss aufpassen, kein Alarm auszulösen. Halt, du! Das wirst du nicht! Kommt sofort zurück! Halt an! Dein Leben ist beendet! Alter. Ich muss an allen vorbeikommen und darf die nicht mal unbemerkt töten oder so. Alter Verwalter. Du musst aufpassen, kein Alarm auszulösen. Geht der Typ da auch mal weg? Hm, anscheinend nicht. Was mit ihm hier? Ah, er ist schon weg. Gott sei Dank, ey. Du findest Hicci hinter dieser Tür. Es ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz. Sowas in der Art. Auch im Gefängnis kommt es wohl nur darauf an, wen man kennt. Vielen Dank, Mason. Für alles. Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Du darfst wieder mal die Schuhe putzen, ne? Hö, 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 hö. Huch. Scheiße. Ja, das ist ja schon wieder super. Na gut. Alter, die Schreie. Geht da hoch, muss ich. Der Typ steht im Weg. Aber ist egal. Hier drüben steht jetzt... Boah. Schnell. Boah. 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 Das war knapp. Was haben wir denn hier? What? Hatten wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will. Und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte. Dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte. Macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich. Seine militärische Vergangenheit und so mehr. Ich könnte fortfahren. Doch das würde Tage dauern. So vielfältig sind seine Fehler. So fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seine annehmen. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird es ablaufen. Erst fessel mir dich. Dann bring dich in deine Zelle. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeklag des Mordversuchs. Am guten alten Georgie. Vielleicht ja auch wegen des Mordes. An dem Direktor. Hast du ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man glauben schicken? Charlie oder dir? Und sobald es erledigt ist, nun dann. Vor all diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das hast du. Nö. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, warum ich dich warte. Doch nun ist es zu spät. Vor allem, die klagen uns deswegen an, aber nicht, weil wir irgendwie acht Leute getötet haben oder so. Das ist ja egal. Volle Synchronisation, ja? So, jetzt ab zu Alexander Holt. Oder Barbara Sade. Ich sag, wir stehen auf. Geh. Mach's gut. Oh, oh. Aber wie geil das gemacht ist, ne? Mal ehrlich. Hat schon Stil. Und war es jetzt? Jetzt. Oh. Au. Au. Ich denke, den haben wir umgebracht. Achso, ne. War ja nur Mordversuch. Entschuldigung. Keine Verhandlung. Keine Verhandlung für Verräter. Tut mir leid. Lee und Haytham sorgten dafür. Du warst direkt an den Geil. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Alter. Ihr habt das auch gerade alle gehört. Oh Gott. Okay. Okay, nach vorne müssen wir hin. Na guck mal, wer da hier rumspringt. Ich glaube, wir werden beschützt. Na, super. Oh. Du bist nicht alleine. Gib uns reichen, wenn du uns bist. Vergesst nicht. Ihr müsst Hicke stoppen. Er ist ein. Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Wie ist der hier vom... Okay, das heißt, wir bekommen Unterstützung. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plant einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsten oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Rolle. Fällt doch keinem auf, dass da hinten jemand drunter gefallen ist. Alter, wie geil das gemacht ist. Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Muss Hickey stoppen. Los! Danke, Alter, Mann. Huah. Wie geil ist das denn jetzt, bitte? Schlooo. Alter. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcoons Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Hatham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder immer Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nicht an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Wursche? Ich kann haben, was ich mag. Hat er es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Gute Nacht. Danke. Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn. Hör auf. Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Hm. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Sequenz 8. Öffentliche Hinrichtung. Mission beendet. Mäau. Sexy. Na supi. Wow. Wir haben wieder Sachen. Hör mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird. Aber so weit gekommen zu sein. Beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dann dir. Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zahmert, schlägt Charles Lee zu. Dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Okay. Wir müssen alle zusammenhalten. Wieder der 14. Juni 75. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht New York zu verteidigen. Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Erinnerung synchronisiert. Synchronisation beendet. Ein Wolf im Käfig. Und damit haben wir Sequenz Nummer 8 erfolgreich abgeschlossen. Alles in Ordnung. Oh. Brasilien. La Cucaracha, la Cucaracha ist das Einzige, was mir gerade irgendwie zu Brasilien einfällt. Rio de Janeiro. Der Karneval. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Okay. Oh. Ja, das ist ja super. Okay. Brasilianerinnen. Ist sehr beruhigend, wenn überall diese Wanted-Poste hängen. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt es einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge. Im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Was? Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Okay. Entschuldigung. Das ist keine normale Security. Falls du keine ist, das sind Transpergo-Agenten. Crossen vermutlich auch jeden großen Aufmerk. Oh. La 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 la. Vorsicht. Dein Friede stünden für die Klinik in der Währkingsruhe. Der Eingang wird am Ende dieser Halle. Scham ihr Segurence. Mediatamente füllen wir. Los, furchtet dich. Und jetzt einmal hier reinstellen. Wir nehmen sie mir jetzt hier runter. Ich glaube ja fast nicht, ne? Was soll das mit den Stadien und den Pinker retten? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Sie sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht meine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Ich bin hier, duro. Ich bin hier für jeden Tag. Vorsicht, wir haben eine Spur. Okay. Ich komme nähen. Scheiße. Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg gehen. Die Sicherheit ist jetzt dicht. Ich bin hier. Nee, da komme ich nicht durch. Wo muss ich jetzt rein? Wo komme ich hier hin? Die Untertitel sind so geil. Ja, geil. Das heißt, jetzt einfach nur ein bisschen ruhig bleiben. Chillen. Lauf doch mal weiter. Oh, komm. Manu. Hauptsache, der grüne Mensch da vorne läuft jetzt mal ein bisschen zu. So, was ist jetzt mit dem Mensch? Der läuft nicht weiter. Ah, okay. Jetzt kommt er wieder. La. Doofkopf. Oh, okay. Das ist ja geil, Alter. Mal hier hoch. Das ist richtig geil gemacht, ey. Das ist anscheinend gerade Pause. Ich kann jetzt nur noch nach hier, ne? Juris gegen Vinic. Ja, gut. Wo muss ich hin? Was ist denn das für einer? Du bist wohl besoffen, oder was? Nee, wo muss ich hin? Kannst du dir das vorstellen? Keine scheiß Kugeln mehr. Fast hätte er nicht gehabt. Okay, Samasako Nerfer! Okay, Samasako Nerfer! Mist. Au. Lass mich doch mal in Ruhe. Scheiß Kerl. Au. Jetzt ballert der nach mir, ey. Puh, das war knapp. Ja, geil, wie komme ich da hin, ne? Das wäre schon mal geil zu wissen. Oh, alter Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier drüben, Türen zu. Hier, auch nichts. Ich komme hier nirgendwo hin. Ah, hier, Metro. Schieß doch auf die Zivilisten, ja, Bauern. Alter, was eine geile Sequenz. Ich muss sagen, das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Auch wenn's knapp war. Papas Liebling. Ja. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Ja, hauen wir erstmal die Energiequelle dran, oder? Die Frage ist, wo muss die hin? Sohn? Vater? Ich, äh, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Wo muss die Energiequelle denn überhaupt hin? Hm. Muss die da hinten hin? Zu Sean? Ich glaub, die muss zu Sean. Hier leuchtet doch alles so schön. Na, das ist ja unglaublich. Was geht's? Eure Politiker beziehen sich pausenlos auf die Gründerväter und bestehen darauf, dass sie dieses oder jenes oder... Ja, gut, okay. Gut, dann würd ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal doch weiter mit Connor. Insofern wir nicht rausfinden, wo die kack Energiequelle hin muss. Ja, wir können mit Connor weitermachen, oder? Beim nächsten Mal dann. Ja, machen wir. So. Gut, in dem Sinne würd ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Let's play Assassin's Creed 3. Mädels, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.